baumsamen war ja für diese baumsamen habe ich nicht bei mir ich habe keine toilette bei mir in der basis wie geht es hier noch mal raus hier maßnahmen das sind die grünen ich würde jetzt mal ein abstecher machen oben in die an in die eishöhle ob das ein mittlerweile geschmolzen ist und ich dann ein bisschen mehr ausbildung kriege und ob ich es auch wieder hier ist und weiß man nicht mehr ich brauche ich mir aber vorher noch so als ich den tauschen habe noch platz ich sammle gerade mal das organ hier auf hier ist doch auch noch was runter bekommen ein einzelnes ohne mit mir geht nicht rein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe jetzt ziemlich viel Stoff, ne? Vielleicht kann ich mir so ein paar Sachen hier bauen. Vielleicht mache ich hier noch so einen Tugentopf. Und Dünger, ne? Was waren denn noch mal Dünger? Ich habe hier noch einen Tugentopf. Ich habe hier noch einen Tugentopf. Der schwebt ja. Okay. Muss ich da eine hübsche Blume rein. Was nehmen wir denn? Was habe ich denn oben schon stehen? Ich weiß nicht, ob es rot ist, ne? Das ist ja hübsch. Okay, jetzt habe ich halt die genommen, ne? Wie groß will denn die werden? Ich baue die auch hier hin, ne? Ich habe hier noch einen Tugentopf. 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 Tugent Morris Hue Hue. Tugentopf. Ttägenf Sprint. Tugent atmosphere. Tpment делает es! Tugentammers. hier drinnen geschwunden, und die anderen haben geschwunden. Oh, hier liegen die. Okay. Wie, das war nur eine Aldi hier. Was ist denn los? Bist du kaputt? Hier sind zwei und drei. Ja, das reicht erstmal ein Aldi. Ich konnte ja noch den Wasser, den hier, den Seewassersammler machen. Den würde ich jetzt noch machen, eben. Falls ich drei Bioplastike zusammen bekomme. Ich habe die Pilzprodukte mal eingestellt. Dann bitte alle. Ich habe die Pilz bestimmt noch einen Hund bekommen. Aber ich bin schnapp. So ist das nicht klar, mit der Eisbremale entwickelt sich in der Hand und in der Hand. So ist es ein Hund, gleich. So ist das Wunderschön. So ist es jetzt. So ist es, das ist das Wunderschön. so mir fehlt genau ein pilz ach man da waren noch zwei pilzen bioplastik ja 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 biomasse rakete gleich machen kann ich wahrscheinlich nur mit der raketenplattform sehen innenbeleuchtung ist ja ich hab doch hier noch biokunststoff drin ich bin hier unter kommen wir erst mal orientieren gar nicht mehr ich hab noch zwei so sondern mit anderen es geht so lange durch ein bohrer vielleicht um auf diesen rand setzt muss die superlegierung gab aluminium gab es da ja auch ne zur hülle kommt jetzt keine aluminium raus oder ich bin mir nicht so sicher ich muss da gleich noch mal umgehen ich muss da gleich noch mal umgehen ich muss da gleich noch mal umgehen ja da kommt kein aluminium ich muss da gleich noch mal umgehen ich habe hier hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich lass mal laufen, fließt ja super selten nur. Mal was mit dem Schweboden. Geh da hinten noch mal gucken, haben die das geändert? Ja, okay, es ist ja nur. ist aluminium dass ich den wenn der borger drin nichts bringt nur dass jetzt noch eine weile laufen welche mal hier draußen hinstellen beziehungsweise den borger den ich sowieso von meine base dass ich den hier hinsetzen mit einem anderen material nicht genug hier in den höhlen hier kommt wenigstens die die manchmal raus so 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 So, dann geh ich die Bohr hier vorne mal abbauen. So, dann geh ich die Bohr. 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 Nooo! Bleibt wie? Ich muss euch nicht aufsummeln. Was nützliches dabei gewesen. So weit habe ich schon nicht geworfen. Okay. Oh Gott. Das war jetzt knapp. Ähm. Aber alles, ne? Ich werde das weiter oben mal hinsetzen. Hier. Wobei, die Höhle ist ja... Setz das mal. Ja, setz das mal hier. Mir auch ernst. Ja gut, dann brauche ich hier gar nichts hinsetzen. Weil hier keine Ausbildung gefördert wird. Ne gut. Warum är das... Ich meine... Ich brauche... Ich was nicht so compromisieren. Aber ich bin in der Shuttle hier. Ich komm schon mal... Ich bin in der Shuttle, ich bin die Leute im Geräusch. Ich bin die Leute im Geräusch. Ich bin die Leute im Geräusche. Und die Leute am overstayen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ich jetzt natürlich noch ausprobieren könnte, wäre Unten im Legierungsgebiet was zu bauen Erstmal Sauerstoff, ja Sauerstoff Aber Das werde ich jetzt erst beim nächsten Mal machen Hier nehmen wir noch das Wasser mit Und die ist gewachsen Dann pflanzen wir die hier schon wieder an Und die brauche ich gar nicht mehr ernten Ich habe hier noch genug drin Die bleiben hier erstmal dran stehen Okay, beim nächsten Mal werde ich nochmal versuchen Und einen Bohrer hier ins Superlegierungsgebiet zu packen Das war ja auch nochmal Aluminium Und ansonsten, ja Schau ich mal, was wir dann noch so bauen können Wenn sich das hier entwickelt hat Vielen Dank fürs Zuschauen Einen wunderschönen Abend würde ich euch Bis zum nächsten Mal Ciao Danke fürs Zuschauen.